Wir werden kurz dann einfach mal einen Weltrekord knacken. Easy going. Wie soll ich mich nennen? Schreibt schon mal ein paar Namen rein, Chat. Wie soll ich mich nennen? Schmal? Okay, Chat, wisst ihr was? Wisst ihr was? Dann nenne ich mich halt schmal. Wisst ihr was? Dann nenne ich mich mal wieder schmal, obwohl das nicht der Realität entspricht. Messer? Messer? Bier? Das Gang gibt's auf dem iPhone? Was? Drei Leben, drei Leben. Drei Leben, drei Leben. Kommt noch das Spiel mit den Leichen? Boah, ich glaub heute mal nicht. Machen wir morgen aber wieder. Machen wir morgen aber wieder. Wie viel sind voll, wie viel sind leer, Chat? Ihr wisst Bescheid. Ich hab keine Ahnung, wie das funktioniert. Wie viel sind voll, wie viel sind leer? Drei voll, vier leer, ja? Wisst ihr was? Dann trinke ich erstmal ein Bier und lad eine Leere raus. Hab ich recht? Wenn ich trinke ein Bier, lad eine Leere raus. Oh, warte mal. Oh, warte mal. Wollt ihr mehr... Seid mal ehrlich, Chat. Wollt ihr mehr von solchen Horrorgames, wie das Game, das wir gerade gespielt haben? Einzel, Chat, wenn wir mehr solche Horrorgames machen sollen. Weil dann such ich mal wieder morgen und nochmal ein paar raus. Kann ich voll sein, kann ich voll... Muss voll sein. Muss voll sein. Yo, Chat, deshalb bin ich einer der besten Spieler im Bugshot Roulette. By the way, weil viele das Game nicht checken. Bugshot Roulette. Man sieht immer am Anfang der Runde, wie viel voll, wie viel leer sind. Aktuell waren es drei volle, vier leere. Die werden an eine random Position reingeladen. Das bedeutet, es könnte sein, dass vier leere hintereinander sind. Es könnte aber auch sein, dass drei volle hintereinander sind. Also random. Und ich muss immer entscheiden, ob ich auf mich schieße oder auf ihn schieße. Währenddessen haben wir vier oder fünf Items. Ein Bier sorgt dafür, dass wir, egal was gerade drin ist, einfach rausladen. Ein Messer sorgt dafür, dass wir jemandem zwei Leben abziehen. Die Fessel sorgt dafür, dass er eine Runde aussetzt. Zigarette gibt uns ein Leben dazu. Was gibt's noch? Eins gibt's noch. Lupe. Lupe können wir reinschauen, was gerade drin ist. Da wissen wir dadurch, was drin ist. Und wisst ihr was? Ich schieße deshalb nochmal auf ihn. Boi, boi. Oh nein. Oh nein, er raucht... Oh nein, er fesselt uns. Er ist der Item-Spammer himself. Ja, er fesselt uns, raucht eine, schneidet mit einem Messer ab und... Warte mal, warst du schon mit der Runde? Warte mal, warst du schon mit der Runde? Weil wir sind gefesselt. Oh nein, hab ich die Runde verkauft. Oh nein, GG, Chat, ich hab die Runde verkauft. Das kann, glaub ich, gar keine mehr leer sein. Bitte nicht! Oh, easy Gameplay. Wir haben die Runde ohne Probleme. Er schießt zwar auf mich. Oh nein, er hat... Oh nein. Gibt's noch eine volle? Warte mal. Kannst du noch eine volle geben? Kannst du noch eine volle geben? Bitte eine volle noch. Tja, mein Lieber. Du hättest nichts riskieren sollen. Bye, bye. Chat, ihr braucht nichts reinschreiben. Ihr braucht auch nicht reinschreiben. Top 3 der besten Buckshot Roulette-Player. Ihr braucht sich reinschreiben. Ich weiß, dass es so ist, okay? Ich hab Earnings in dem Game. Ausrufezeichen Earnings in dem Chat, wer mir nicht glaubt. Ausrufezeichen Earnings in dem Chat, wer mir nicht glaubt. Genau, W Gameplay, Leo, du sagst es. Oh, wir kriegen nur ein Messer. Wie viel Leben? 2, 2, 2, 2, 2. Yo, ein Item für eine 4-Leben-Runde. Okay, 2 voll, 2 leer. Ich hab's mir einmal gemerkt. Die 5% sind eingetreten, dass ich mir einmal gemerkt hab. Und wisst ihr was? Deshalb schieß ich auf mich, weil es kann nicht voll sein. Äh, wenn das... Es geht nicht. Nennt mich verrückt. Aber ich schieß nochmal auf mich. Ja, und der lässt eine leere raus. Hat damit eine volle Schießt auf mich. GG. Ich mach deine Hausaufgaben. Alles. Nein! Okay. Ähm, sagen wir mal so. Wenigstens sind die Items vorbei. Wir kriegen eine Lupe, wir kriegen Zigaretten. Oh, Chat, L-Raucher. Oh, 2 Packungen Zigaretten. Yo, 2 Malbro-Goldpackungen. Und eine Runde mit einer leeren, einer voll. Chat, das ist eine Free-Runde. Wenn man eine Lupe hat und es ist nur eine leere, eine volle, ist es eine Free-Runde. Chat, knallt gerne L-Raucher rein. Knallt gerne L-Raucher im Chat. Knallt gerne rein. Morgen Spanisch-Sprechprüfung. Würde mich komplett auseinandernehmen. Kann kein einzigen Satz noch Spanisch bilden. Wie ist nochmal Spanisch, diese Connichiwa? Was ist nochmal da drin? Au! Leer. Yo, was ist nochmal so Spanisch? Chat, kann mir jemand einen Spanischen Satz reinschreiben? Ist jemand Spanier? Ola was. Ich hab's gerade verwechselt. Ola was. Jetzt schnell mit dem Messer ab. Und schießt noch wieder. Bonjour. Yo, Chat, W, dass ihr alle Spanier seid. Einzel-Chef, wer Spanier ist, seid ehrlich. Seid ehrlich, einzel-Chef, wer Spanier ist. Puta Madre ist crazy. Yo, ihr seid alle Spanier. Yo, W. Okay, zwei voll, eine leer. Zwei voll, eine leer. Wisst ihr was? Dann kann ich ja eigentlich die Runde nicht verkaufen, wenn ich jetzt auf mich schieße. Wie? Chat, wollt ihr morgen ein Anomalie-Spiel haben? Heute, by the way, neues YouTube-Video, wie jeden Tag online. Mit einem Anomalie-Game. Wollt ihr morgen wieder ein neues Anomalie-Game? So wie Exit 8. Ein anderes Spiel wie Exit 8. Einzel-Chef, wenn wir das morgen machen sollen. Weil dann hole ich mir das. Aber es ist viel, viel schwerer als Exit 8. Also ihr müsst euch mental darauf vorbereiten. Yo, der raucht wirklich zwei Packen und sie retten. Yo, er raucht wirklich zwei Packen. Eddie, löscht sofort den Command. Eddie! Okay, wieder zwei leer, eine voll. Wieder zwei leer, eine voll. Wisst ihr was? Ich fessel ihn. Wisst ihr was? Ich fessel ihn. Und jetzt vertraut mir, Chat. Ihr müsst mir ein einziges Mal vertrauen. Ich schieße auf mich. Und das kann nicht. Es geht nicht. Es geht nicht. Gib mir eine Lupe. Ich krieg wenigstens ein Messer. Ich krieg wenigstens ein Messer. Wisst ihr was, Chat? Warum verkaufst du heute so hart? Eddie, ich verkauf nicht. Eddie, ich verkauf nicht. Schau dir das an, Eddie. Schau dir das an, Eddie. Wie ich ihn jetzt fessel. Und jetzt schau einfach zu. Jetzt schau einfach zu. W Gameplay. Ich zeige es jetzt, dass ich nicht verkaufe. Ich schieße auf mich. Nichts drin. Und jetzt watch das, Eddie. Watch das, wie ich die Runde noch drehe. Watch das, wie ich ohne Probleme die Runde noch drehe. Bye, bye. Top 3 von hinten? Nein, nicht Top 3 von hinten. Oh, sind wir noch gefesselt? Wisst ihr was, es ist Back-to-Back voll. Wisst ihr was, es ist Back-to-Back voll. Oh nein, hat er ein Messer? Oh nein, warte, hat er ein Messer? Oh, er hat kein Messer, GG. Aber er hat 50 Lupen. Komm, trink dein Bier. Ja, trink dein Bier. Wir haben alle verstanden, dass du Alkohol und Nikotin süchtig bist. Okay, lass mich raten. Es wird voll sein. Komm, halt die Pamp auf mich. Halt die Pamp auf mich. Halt sie auf mich, komm. Muss es jetzt nicht nur voll sein? Warte mal, Chat, muss es jetzt nicht nur voll sein? Warum schau es immer mit der Lupe rein, wenn es eh nur voll sein muss? Gibt es noch eine Volle wenigstens? Bitte, bitte sagt, dass es noch eine Volle gibt. Bitte sagt, dass es noch... Bitte sagt, dass es noch eine einzige Volle gibt. Bye, bye. Chat, ich hab das, ich hab das, ich hab das. Ich hab euch alle im Rucksack von A bis Z. By the way, viele haben noch kein Follow da gelassen. Klickt gerne aufs Herz kostenlos, wenn ihr seid euch gefallen, die Streams. Würde mich sehr, sehr freuen. Danke euch für den Support. Aha, Lupe und Fessel haben wir. Drei voll, vier leer. Ja, was mach ich jetzt? Ist es... Warte mal, haben wir nicht gestern die Runde genauso verkauft? Ich feste ihn erstmal. Beruhigt euch, beruhigt euch. Lupe. Oh, er hat eine Packung zu retten. Wir dürfen nicht verkacken. Bitte die Re... Voll! Chat, ich hab euch gesagt, dass ich die Runde niemals verkaufen würde. Hahaha. Eddie, mach den Command Onlyfans wieder raus. Das darf man... Ich weiß nicht, ob... Ich glaub, Onlyfans Command darf man gar nicht haben. Auch wenn nur ein YouTube-Video drin ist, zur Sicherheit. Ich glaub, man darf den nicht haben. Ist raus. Danke dir. Eine voll, eine leer. Okay, warte mal, ich hab das. Okay, warte mal, ich hab das. Oh, ich hab's, glaub ich, doch nicht. Nein, ich hätte ihn fesseln sollen zweimal auf ihn schießen. Egal, ich brauch sowas nicht. Ich schieß einfach auf ihn. Kann nicht voll sein. Hahaha. Warte mal, hab ich gesagt, ich schieß auf ihn. Kann nicht voll sein? Das hat grad gar keinen Sinn ergeben. Egal, das war aber eine volle. Okay, alles richtig und alles wichtig. Fessel mich doch. Fessel mich doch. Ach, traust du dich nicht? Wir haben alles, wir haben alles. Alles entspannt. Alles entspannt. Alles entspannt. Gib mir... Ne Lu. Ne Lu. Ne Lu. Okay, ich krieg 80 Messer. Okay, sorry, Chat, dass ich 80 Messer einfach bekomme. Drei voll, vier leer. Jo, wie viel Runden soll's noch drei voll, vier leer sein? Wie viel... Fessel ihn und schieß einfach... Schieß einfach zweimal auf ihn direkt. Schieß einfach zweimal mit einem Messer auf ihn, weil's Back-to-Back voll ist. Also... Irgendwie hat mir grad eine Stimme gesagt, das ist so. Eine Stimme hat mir gesagt, dass es so ist. Schreibst du jeden Tag um 17 Uhr? Nein, manchmal auch zu einer anderen Zeit. Außer auf seinen... Außer auf seinen IG in den Chat. Da kündige ich immer an, wann ich live bin. Jeder, der mir noch nicht auf Insta folgt... Oh, Chat, das ist ganz, ganz schlecht. Alle mal einen Follower auf Insta da lassen. Kuss geht raus. Danke euch. Marco.scm auf Insta. Oh nein, nein, ich glaube, ich schieße nochmal zweimal auf mich zwischendurch. Ich sag nichts dazu. Ich sag nichts. Oh, wir sind gefesselt. Oh, wir sind gefesselt. Oh, wir sind gefesselt. Es ist doch so oder so voll. Warum schaust du überhaupt nach, ob sie... Na! Ja, zieh mir noch ein Leben ab. Komm, zieh mir noch ein Leben ab. Es sind noch drei Volle drin. Habe ich recht, Chat? Müsst... Nee, 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 nee. Es ist eine Volle, eine Leere noch drin. Habe ich recht? Wie kann sowas überhaupt sein? Jo, wie kann sowas überhaupt sein, dass... Egal, 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 egal. Ich hab noch zwei Leben, er hat nur noch eins. Ich hab nur noch zwei? Nee, er hat nur noch eins, ich hab noch zwei. So ein Ding. Und ich... Chat schreibt gerne L-Raucherei, mir ist es egal. Schreibt L-Rauch... Schreibt L-Raucherei in Chat, mir ist es egal. Ich werd so dick zwei Packungen rauchen, Chat, mir ist alles scheißegal. Schreibt L-Raucherei, mir ist es egal. Ich werd so dick zwei Packungen rauchen, mir ist alles egal. Ich hab noch zwei. Eine für die... Eine für die Pause. Wisst ihr, was wär auch noch eine hinterher? Wisst ihr, was wär auch noch eine hinterher? Wartet mal, Wi-Fi sind voll, Wi-Fi sind leer. Ich hab's nicht gesehen. Wi-Fi sind voll... Ich hab hier nicht drauf geachtet. Chat, Wi-Fi sind voll, Wi-Fi sind leer. Sagt TikTok irgendwas? Yo, TikTok, was geht, by the way? Nenne mir ein Auto für ein Edit. Sehe ich so aus, ob ich mich auskennen würde mit Autos? Mach. Wenn der überhaupt noch da ist, mach. Wie heißt der nochmal? AMG GT 63 S oder so. Vier voll, vier leer. Danke euch, TikTok. W TikTok. Wisst ihr, was es bedeutet? Dass ich auf mich schieße. Yo, TikTok, der ist für euch. Der ist für euch, TikTok. Ach, sorry. Wisst ihr, was er fesselt mich und schießt jetzt nochmal auf sich? Und das ist eine Leere. Er verkauft, Chat. Wir sind in Double or Nothing drin. Wir sind in Double or Nothing drin. Yo, ich hätte niemals damit geregnet, dass wir heute Double or Nothing wieder schaffen. Yo, was ist momentan los mit Buckshot? Warum sind wir so gut? Wir gehen rein. Wir gehen rein in die nächste Runde und dann gehen wir in Dead Signal rein, Chat. Egal, egal, ob wir es jetzt schaffen oder nicht. Egal, ob wir es jetzt schaffen oder nicht. Wir gehen danach in Dead Signal. Ich werde danach mit dem Geld nach Hause gehen. L-Streamer. Yo, Meister Xo, kannst du auch mal eine nette Nachricht reinschreiben? Wieso schreibst du die ganze Zeit L-Stream? Zwei volle, zwei leere, okay. Äh, zwei leben, zwei leben, aber es sind trotzdem zwei volle, zwei leere. Yo, Chat, ich kann die... Kann ich die Zukunft vorher sagen? Ich werde in drei Sekunden den Mittelfinger zeigen. Oh, Chat, ich kann offiziell die Zukunft vorher sagen. Einzelne Chat, wer die Lottozahlen haben will. Wisst ihr was? Da muss es jetzt auch eine volle sein, weil ich kann die Zukunft vorher sehen. Das muss ja... Bye, bye. Oh, Chat, ich sage euch die Lottozahlen. 8, 9, 7, 0, 3, 6. Übrigens, keine Verantwortung auf mich. Danke. Jo, kann es einer klippen zur Sicherheit, falls es wirklich die Lottozahlen sind? Danke. Wobei, es sind die Lottozahlen zu 100%. Okay, Lupe-Messer ist die beste Kombi, die man haben kann. Jo, Lupe-Messer ist die beste... Und zwei voll, zwei leer. Äh, warum sage ich die ganze Zeit voll leer? Ja, ich meine zwei Leben. Zwei Leben. Das ist sehr gut. Und ich habe verkauft. Und ich habe offiziell verkauft, weil ich die Pump angefasst habe und dadurch kein Item mehr verwendet. Lass es einfach eine Leere sein, bitte. Chat, ich hätte es gehabt. Chat, ich hätte es gehabt, weil ich mit der Lupe reingeschaut hätte. Es ist eine volle Gew... Tu es mir nicht an. Lass es nicht eine... Chat, ich kann nicht so die Runde verkaufen. Nein, das kann nicht mein Ernst sein. Bitte halt die Pump nicht auf mich. Ich warte, ich werde einen Rasen machen. Oh, er verkauft. Oh, er verkauft. Oh, alles Easy Chat, er verkauft. Ich rauche eine. Wir sind noch drin, Chat, wir sind noch drin, beruhigt euch. Ich bin nicht... Nein, ich bin nicht Verkäufer hauptberuflich. Seht ihr? Tja, da gehen wir im Moment ein Messer rein, ziehen ihm zwei Leben ab. Er hat auch nur noch eins. Eigentlich ist das unnötig. Ist mir scheißegal. Grinst nicht so blöd. Chat, ihr seid wirklich genau hier richtig, wenn ihr W-Bugshot-Roulette-Gameplay haben wollt. By the way, bald kommt ein Bugshot-Roulette-Video sogar. Das allererste Bugshot-Roulette-Video auf YouTube online, wo ich sehr, sehr Bock drauf habe. Da kommt bald ein Video online. Gerne YouTube abchecken, die, die mich noch nicht auf YouTube abonniert haben. Da kommen daily Uploads aus dem Stream. Das ist euer Way-to-Go, wenn ihr meinen Stream verpasst. Wie zum Beispiel heute haben wir auf Zuschauerzimmer reagiert. Das kommt die nächsten Tage bald online. Oben im Chat, irgendwo an der Seite, ist auch das YouTube-Video eingeblendet. Und für die, die auf TikTok sind, mein Name ist genauso wie auf Twitch. Also so wie ich auf Twitch, das heiße ich auch auf YouTube. Und wie viel sind voll, wie viel sind leer, weil ich bin hauptberuflich. Ne, doch, hauptberuflich bin ich tatsächlich jemand, der einfach nicht darauf achtet, wie viel voll wie. Zwei, zwei voll, eine leer kann nicht sein. Spielst du noch der Signal? Ja. Wirklich zwei volle, eine leer? Nein, das kann nicht sein. Zwei leere, eine volle, so rum, oder? Ja. Wir gehen mit der Lupe rein. Leer. Aber ich habe zwei Lupen. Hä, wie krass. Dann schieße ich auf mich. Warte mal, Chat, warte mal, ich habe das. Ich habe das. Nochmal Lupe. Nochmal Lupe. Yo, Chat, jeder, der... An alle Believer. An alle Believer, die auf Ja gewettet haben. An alle Believer, die auf Ja gewettet haben. Ihr habt alles richtig gemacht. Alle, die mit den Kanalpunkten auf Ja gegangen sind. Ihr habt alles richtig gemacht in eurem Leben. Weil an Leute zu glauben, ist das Beste, was ihr machen könnt. Hallo Marco, was geht? Wir schießen auf ihn. Bye, bye. Okay, ein Leben hat ihn noch, ziehen wir ihm aber auch ab. Ohne Probleme, Chat, ziehen wir ihm auch noch ab. Wann machst du das mit den Zimmern? Haben wir schon gemacht. Wir haben schon darauf reagiert. Da kommt dann ein YouTube-Video online. Kommt noch ein YouTube-Video online. Kein Stress, kein Stress, kein Stress, kein Stress. Wenn ich es schaffe zu schneiden, kommt es sogar morgen schon online. Ich glaube, ich schaffe es für morgen. Okay, wir haben eine Lupe und ein Bier. Lupe-Bier, W-Items. Drei voll, drei leer. Kannst du VIP günstiger machen? Ne, mache ich nicht. Sorry. Das soll schon was Besonderes sein. Ich habe es ganz am Anfang sehr, sehr billig, sehr, sehr billig gehabt. Aber es soll schon was Besonderes bleiben. Jo, denkt jemand, ich bin nächstes Jahr auf den Stream Awards? Eins in Chat, wer beliebt. By the way, Believer gewinnen immer. Bye, bye. Chat, wisst ihr, was? Wir bleiben drin. Wisst ihr, was? Wir tryen noch eine Runde Double or Nothing. Jo, Chat. Wir tryen noch eine Runde Double or Nothing. Wir gehen rein. Chat, mir ist alles scheißegal, was ich gesagt habe. Wir machen nur noch die eine Runde. Mir ist es egal. Es macht gerade zu viel Spaß. Messer. Jo, wer schreibt Geräusch von euch, Chat? Ihr kann doch nicht mal Geräusch sein in dem Game. Wann? Wie viel voll, wie viel leer? Wie? Ich hab drauf geschaut, Chat. Ich hab drauf ge... Ich schreibt alle Sniper. Jo, Chat, soll ich euch mal was erzählen? In diesem Spiel geht es nicht darum, dass wir... 3-3. Seid ihr euch sicher? Wisst ihr, was es bedeutet? Dass wir ein Bier trinken. Feuer haben. Die habe ich mir verdient. Und wir werden keine volle rausladen. Wenn da jetzt eine rote rauskommt, hätte ich einen Tanz gekreist. Haha, deswegen schneiden wir mit dem Messer ab. Oh, yo. Oh, yo. Guckt mal, wie viele Items der hat. GG. Wenn das keine volle ist, ist es over. GG. Wenn das keine volle ist, ist es vorbei. Oh, es ist Weltrekordzeit. Habt ihr es gehört? Habt ihr es auch gehört? In eurem rechten Ohr jemand hat gesagt, Weltrekord. Hört nochmal genau hin. Hört nochmal genau hin. Weltrekord. Hahaha. Oh, er raucht eine. Oh, El-Raucher im Chat. Oh, El-Raucher im Chat. Wenn er mich jetzt fesselt und damit ein Messer abstellt, habe ich ein Problem. Oh nein, er raucht noch eine. Oh nein. Wehe, du rauchst noch eine. Wehe, du. Okay, es ist vorbei, glaube ich. Habe ich recht. Er hat mich gefesselt, Chat. Wenn er jetzt, wenn er jetzt richtig pokert, er wird ein Bier trinken. Ich, ich, ich bin in seinem Kopf drin, Chat. Ich bin in seinem Kopf drin. Er wird ein Bier trinken und eine, bitte laden eine volle raus. Bitte laden eine volle raus mit dem Bier. Wenn er eine volle raus hat, habe ich noch eine Scho... Das kann man meinen Lieber. Man legt sich nicht mit den Leuten an. Die rauchen. Was? Habe ich nie gesagt, Chat. Bye, bye, mein Lieber. Zu früh gefreut. Ja. Aber wir kommen noch zurück. Wenn wir jetzt ein Messer bekommen, plus eine Lupe wäre W-mäßig. Jetzt ein Messer plus Lupe wäre W. Weil dann haben wir die nächste Runde. Jo, wie habe ich das gerade überlebt? Seid ehrlich. Chat, wie habe ich das... Er hat eine Festlist. Ist egal. Drei voll, drei leer. Mach einen Backflip, wenn du gewinnst. Jo, sehe ich so aus, ob ich einen Backflip kann. Seid ehrlich. Chat, denkt wirklich jemand, ich kann einen Backflip? Lass mich ein Bier kurz trinken. Leer. Okay, ich schieße auf ihn. Scheiß drauf, ich schieße auf ihn. Oh, der fesselt mich, schießt zweimal auf mich und es ist vorbei, Chat. GG. Oh nein. Oh nein, wir sind gefesselt. Oh nein, wir sind gefesselt. Ich habe nichts zu... Er verkauft, er verkauft. Chat, wir haben gerade in 4K jemanden gecaptured, der verkauft. Chat, so sehen Händler aus, die verkaufen. Ach du Scheiße. Oh nein, ich habe nie was gesagt. Oh nein, ich habe nie was gesagt. Es müssen zwei volle noch sein. Aber eine volle reicht, um ihn auszulöschen. Bye, bye. Yo. Ey, wann hatten wir das letzte Mal so einen krassen Try? Oh, Eddie, auf gar keinen Fall, niemals. Bevor ich das mache, würde ich lieber für Kanalpunkte im Kreis tanzen. Eins im Chat, wenn ich für 10.000 Kanalpunkte im Kreis tanzen soll. Was, habe ich nie gesagt. Jeder, der eine einschreibt, wird Gepermaband. Das war das, was ich gesagt habe. Oh, Eddie. Marco so breit wie 5, kann ich nicht lesen, sorry. Zwei Lupen und eine Zigarette, okay. Oh, ihr schreibt alle eine Eins. Oh, viel Spaß, dass euer letzter Tag im Stream war. Wie viele sind voll, wie viele sind, ich habe nichts gesehen. Aber zwei Leben, zwei Leben ist gut. Hat jemand eine Ahnung? Yo, einer muss... 4, 4 ist vorbei. 4, 4 ist vorbei, weil der Typ... Weil der Typ ein Messer hat. Dadurch, dass der Typ ein Messer hat und mir direkt zwei Leben abziehen kann, ist es vorbei, Chat. Sorry, ihr könnt jetzt schon GG's in den Chat reinhauen. GG's und 07's in den Chat. GG's und 07's in den Chat, weil es ist offiziell vorbei. Oh ja, es ist 100%ig vorbei. Oh ja, es ist 100%ig vorbei, weil 80 Mal hintereinander es voll sein... Voll sein wird. Rauch eine, ich kann keine rauchen, weil es maximale die Runde zwei Leben nur sind. Ich kann nicht überrauchen, Chat, das geht nicht, leider. Oh, bitte lass es jetzt keine volle sein, sonst habe ich ein riesengroßes Problem. Er wird nämlich mit der Lupe reinschauen. Das Einzige, was ich retten kann, ist... Und er raucht eine. Und er raucht eine. Bitte nicht mit dem Messer, bitte nicht mit... Oh, wenn ich Glück habe, ist es nochmal leer. Oh, wenn ich Glück habe, ist es nochmal leer. Chat, das ist das Einzige, was mich retten... Er verkauft, er verkauft. Nein. Nein. Na. Okay, ich brauche euch jetzt. Ich glaube, zwei voll eine leer noch. Zwei volle, eine ist noch leer. Ihr entscheidet die Runde, Chat. Ihr entscheidet die Runde. Erst Penny, Netto, Lidl und all die Mitarbeiter. Jo, Chat, Einzelchat auf mich schießen. Auf mich eins. Zwei auf ihn. Jeder muss was reinstellen, ich brauche jeden von euch. Einzelchat auf mich schießen. Zwei Chat auf ihn schießen. Ich brauche jeden Einzelnen von euch. Oh, und ich sehe wirklich fast nur Zweier. GG. Bye, bye, Mister. Warte mal, wie haben wir das noch gedreht? Jo, der hatte die besten Items, der... Es ist Weltrekordzeit. Es ist Weltrekordzeit, Chat. Es ist offiziell Weltrekordzeit. Jo, das ist einer der heftigsten... Oh, nein. Welche Runde Double or Nothing sind wir in der zweiten? Double or Nothing habe ich recht. Eins sind schon, wenn wir in der zweiten Double or Nothing sind. Ich bin mir gerade nicht mehr sicher. Fessel. GG, wir kriegen nur eine Fessel. Er regnet eine Lupe. Vier, vier. Okay, gut, gute Runde. Vier Leben, vier Leben. Und wir haben drei volle, drei leere. Jo, das als erstes ist crazy. Und ich habe verkauft. Bitte nicht voll, bitte nicht voll, bitte nicht voll, bitte nicht voll. Das kann nicht sein. Das kann nicht sein, Chat. Bitte. Er verkauft. Wir fesseln ihn. Wartet, 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 wartet. Wir fesseln ihn. Jo, Z-Docs Abi mit der 3-Stream-Serie. Kannst du mal GTA-RP spielen? Chat, soll ich mal GTA-RP spielen? Seid ehrlich. Ich habe aber keine Ahnung. Ich sage euch ehrlich, ich würde nur GTA-RP spielen, wenn ich auch auf diesem Final-City-Server bin, wo alle großen Streamer sind. Nur dann würde ich GTA-RP spielen. Dann würde ich GTA-RP spielen, Chat. Wenn ich auf diesem Final-City-Server werbe. Da kommt man, glaube ich, nicht so leicht drauf. Ich schieße auf ihn zweimal, habe ich recht? Frag Abo. Jo, warte mal, ich rufe einfach Abo-On-Stream jetzt an. Soll ich Abo-On-Stream anrufen? Seid ehrlich. Okay. Oh, er verkauft. Nein, 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 nein. Oh, es konnte gar nicht mehr voll sein, Chat. Oh, es ist ein Messer? Jo, Messer ist crazy bei zwei Leben. Oh, wartet mal. Eins in Chat auf mich schießen, zwei in Chat mit Messer auf ihn. Denkt aber dran, vier voll, drei leer. Ne, andersrum. Was soll ich machen? Eins auf mich, zwei in Chat mit Messer. Warte, ich kann nicht mehr reden. Warum habe ich reden von der Chat? Hallo? Oh, ich glaube, ich brauche eine Partnerschaft mit Duolingo. Chat, by the way, wir haben heute einen Code und zwar mit zwei... Nein, Spaß. Was war nochmal was? Eins mit Messer? Jo, ich werde definitiv... Oh, ihr sagt, glaube ich, mehr Einser. Ich schieße auf mich. W wäre... Mann! Das ist Ka... Wie viel sind noch voll, wie viel sind leer? So oder so kann ich es nicht riskieren, auf mich zu schießen. Ich muss mit dem Messer auf ihn gehen. Chat, ich hätte es nicht riskieren können. Ich hätte... Nein, ich hätte es nicht riskieren können, Chat. Ja! Oh, irgendjemand möchte, dass wir wirklich einen Rekord knacken. Oh, GG. Jemand möchte, dass wir einen Rekord knacken. Yo! Das muss ich auf YouTube hochladen. Yo! Chat knackt gerne, I was here in Chat rein. Junge, das ist eine der heftigsten Runden, die wir jemals hatten. Ho! Wie viel sind voll, wie viel sind leer. Warte mal, lass mich ein Bier trinken. Lass mich ein Bier trinken und dann entscheiden. Leer. Chat, es tut mir leid. Es tut mir leid, aber ich werde es jetzt machen. Entweder verkauf ich es oder ich verkauf es nicht, aber ich mache es. Ich mache es. Dritte Runde Double or Nothing. Yo! Dritte Runde Double or Nothing ist crazy. Auf Final City ist die Einreise easy. Yo, kommt man easy auf Final City oder was? Wie kommt man denn darauf? Wem muss ich da Bescheid geben? Wie groß bist du? Yo, Chat, ratet mal alle, wie groß ich bin. Ratet mal, wie groß ich bin, Chat. Und bitte einmal ehrlich sein, Chat, bitte. Ihr könnt nicht jedes Mal irgendeine Scheiße reinschreiben. 1,20. Wie viel sind voll, wie viel sind leer? Nein, Chat, ich bin nicht 1,20. 1,1. Dann trinke ich ein Bier. Dann trinke ich ein Bier, weil dann weiß ich, was ich danach machen muss. Zur Sicherheit. Oh, nein. Oh, hätten wir keine volle rausgeladen, hätten wir es schon wieder gehabt. Chat, ich bin 1,85, 1,86, sowas circa. Euer 1,85, 1,86 Streamer. Plus 100 Kilo Muskelmasse, was? Ja, ja. Oh, wartet mal, bis ihr mich im Real-Life-See-Chat, ich werde jeden von euch aufessen. Was? Habe ich nie gesagt. Wieder eine leer, eine voll. Habe ich eine Lupe? Oh, ja. Oh, ja. Wir haben die nächste Runde. Oh, ja. Oh, ja. Oh, ja. Oh, ja. Ey, das ist wahnsinnig. Chat, rat gerne auch mal, wie viel ich wiege. Wie viel wiegst du? Chat, rat mal, wie viel ich wiege. Seid ehrlich. Rat mal, wie viel ich wiege. Wann spielst du Dead Signal nach dem Try, bis wir verkackt haben? 120. Ja, 120. 300. 0,7 Gramm. 30. 50. Oh, jeder, der übrigens alles... Jeder, der irgendeine Zahl schreibt, die unter 60 ist, wird, by the way, gepermabandt. Das ist euer letzter Tag im Stream. Ich glaube, ich wiege so 84 Kilo, Chat, circa. So 84 momentan. Auf meinen Insta-Bildern. Haha, by the way, Ausrufe zu einem IG-Chat, der mir noch nicht folgt. Hahaha. Wie viel haben wir gerade... Hier habe ich noch mehr gewogen. Hier habe ich 95 gewogen, Chat. Da war ich noch in der guten Masse-Phase drin, was man auch nicht schwer übersehen kann, sage ich mal. Hier bin ich zum Beispiel schon Ende meiner Masse. Hier bin ich schon Ende Diät gewesen. So ist mein... Also jetzt ein bisschen mehr Arme auch wieder, aber so circa ist mein Körper momentan. So 84 lockere Kilo, Chat. Auf locker. Oh, sorry, Chat, dass es wieder AI-generated Bilder sind. Tut mir leid. Oh, Chat, du wiegst nichts. Was hast du für ein K-Frag? Keine Ahnung. Schmal. Es sind vier volle, vier leere. Ich schaue mit der Lupe rein. Aber du hast gesagt, du hast 100 Kilo Muskeln, das habe ich auch. Das ist nur eine Illusion der Waage. Die Waage möchte nicht das Außenstehen der Angst haben. Wir schießen auf den Dealer. Bye-bye, Mister. Wiege 65, ich bin so ein Lauch. Ich wundere mich nicht, dass ich noch in einer Suppe gelandet bin. Oh, bitte, es ist keine volle. Und er raucht. Und er raucht. Zwei Leben. Bitte schieß nicht auf mich, es ist keine volle. Hast du schon wieder vergessen, dass... L-Raucher-Chat. L-Raucher. Ich komme aus München, ja. L-Raucher-Chat. L-Raucher. Was mache ich? Eins in Chat auf mich schießen, zwei in Chat auf ihn. Eins auf mich, zwei auf ihn. Ihr habt es in der Hand. Eins auf mich, zwei auf ihn. Was bringt Messer? Das zieht zwei Leben ab. Eins auf mich, zwei auf ihn. Okay, ihr seid einfach genau 50-50. Super, das bedeutet, ich schieße einfach auf ihn. Chat, alle nochmal kostenlos aufs Herz drücken. Gerne auch von TikTok auf Twitch rüberkommen. Wird mich sehr, sehr freuen. Waren wir schon mal jemals... Ja, wir waren schon mal so weit. Wir waren einmal richtig weit. Oh nein, bitte nicht auf mich. Er verkauft. Oh nein, das kann nicht sein. Hä? Ich sage es euch ehrlich, Chat, ich bin Top 3 der besten Buckshot-Rollett-Spieler. Egal, jeder, der nie an mich geglaubt hat, ich bin Top 3 der besten Buckshot-Rollett-Player. Heute ist es soweit, den Weltrekord zu knacken. Sag ich euch Realtalk. Heute ist es soweit, den Weltrekord zu knacken. Der Typ ist auch auf meiner Seite. Merkt ihr es? Merkt ihr es, wie der Typ auf meiner Seite ist, Chat? Ein Fessel. Oh, es liegt am Namen. Oh, Chat, denkt ihr wirklich, wie das liegt am Namen, weil ich mich schmal in-game genannt habe? Yo, Chat, das hier... Gibt es wirklich einen, der denkt, es liegt am... Denkt wirklich jemand, es liegt daran, weil ich mich schmal genannt habe? Seid ehrlich. Ja, Name, ja. Wie viele sind voll? Zwei voll, drei leer? Okay. Wisst ihr was? Ich fessel ihn. Und ich habe irgendwie mir zuflüstern lassen, dass angeblich zweimal hintereinander leer sein soll. Ich weiß auch nicht, wer mir das gesagt hat. Jo, warte mal, ist jetzt nicht 50-50? Ist jetzt nicht eine voll, eine leer? Chat, ihr entscheidet. Das müssen wir... Wenn wir es jetzt schlau machen, kann er nicht mehr rauchen. Oder wenn wir Glück haben. Eins in Chat auf mich, zwei in Chat auf ihn. 50-50. Was soll ich machen? Eins auf mich, zwei auf ihn. Bei Bier lädt man einfach raus, was gerade drin ist. Egal was. Eins auf mich, zwei... Ihr seid alle auf ihn? Okay, ich schieße auf ihn. Ich habe euch. Er kann zwar trotzdem rauchen. Er kann trotzdem rauchen, weil noch eine Leere drin ist. Aber egal. Alter, wie gut sind wir heute, Chat? Seid ehrlich. Wir sind verdammt. El-Raucher. El-Raucher wieder. Jo, wieso bekommt der eigentlich die ganze Zeit eine Packung Zigaretten, Chat? Ich verstehe es nicht. Jo. Warum bekommt der die ganze Zeit eine Packung Zigaretten? Ich verstehe es nicht. Bier. Fessel. Zigaretten. Zigaretten. Vier voll, vier leer. Okay, okay. Habe ich, habe ich, habe ich. Habe ich ein Messer? Nein, wahrscheinlich nicht, oder? Habe ich eine... Okay, ich trinke erst mal ein Bier. Ich trinke erst mal ein Bier. So, wir laden eine volle raus. Was soll ich dann machen? Er hat, er hat... By the way, er hat auch schon wieder eine Packung Zigaretten, Chat. Wisst ihr, was? Ich schieße nochmal auf mich. Ich habe irgendwie so... Ich habe irgendwie ein gutes Gefühl. Ich rauche eine. Ich rauche eine. Ich brauche eine. Ich brauche dich. El-Raucher. Ja, sorry, Chat. Okay, tut mir leid. Manchmal muss man es auch einfach machen. Und dann schieße ich nochmal auf mich. Passiert nochmal. Was soll ich machen? Boah, das ist so schwer. Ich schieße nochmal auf mich. Rauchst du jetzt wirklich eine? Rauchst du jetzt wirklich eine? Wenn er jetzt wirklich eine raucht, Chat, dann kann ich das nicht mehr. Wenn er jetzt eine raucht, meinen Kopfschwung aus... Habe ich nie gesagt. Ich habe nur gesagt, vielleicht, Chat. Habe ich nie gesagt. Oh, er weiß, welche drin ist. Bitte nicht voll. Leer. Er hat halt noch eine Loop. Das Problem ist halt, dass der Typ halt noch einen Loop hat. Yo. Egal, wir haben es. Nein, ich habe nicht verkauft. Nein, nicht El-Gameplay-Chat. Beruhigt euch. Ich komme immer von hinten. Wisst ihr, wie ich meine? Ich komme gerne von hinten. Oh nein. Ich habe nie was gesagt. Na! Bye, bye. Nein, es hat nichts mit Glück zu tun, Chat. Es hat einfach was mit Können zu tun. Nein, Chat, es hat nichts mit Glück zu tun. Es hat einfach nur was mit Können zu tun. Ihr müsst Glück und Können unterscheiden, Chat. Das hat rein gar nichts mit Glück zu tun, Chat. Bitte. Zwei voll, drei leer. Nein, Chat, nicht Glück. Jo, wenn noch einer Glück reinschreibt, Chat. Wenn noch einer Lack oder Glück reinschreibt. Das war der letzte Tag für denjenigen im Stream. Wie viel sind voll, wie viel sind leer? Weil die Games kommen noch, der hat Signal. Und wahrscheinlich von der Zeit her nur noch, äh, hier, Kontraband. Zigarette? Zigarette gibt gar keinen Sinn, oder? Drei leer, zwei voll. Ich trinke ein Bier, Chat, sorry. Ich muss kurz ein... Eins trinke ich kurz, Chat, sorry. Eins trinke ich kurz. Oh, warte mal. Dann können drei leere nur noch drin sein. Dann schieße ich doch jetzt einfach auf mich. Hä, wie leicht. Nochmal. Und dann mit der Lupe. Ab dann mit Lupe. Eine voll, eine leer ist nur noch drin, habe ich recht? Das heißt, mit der Lupe wissen wir es. Okay, noch einmal leer und dann voll. Joop. Wirklich nicht ohne Grund. Ausrufezeichen, Earnings in Chat. Ausrufezeichen, Earnings in Chat. Oh, L, Werbung. Viel Spaß mit der Werbung. Ausrufezeichen, Earnings in Chat. Wer wissen will, wie viele Earnings ich in dem Game habe? Weil ich bin einer der besten Spieler hier drin. Real Talk. Manchmal spiele ich es auch gerne in Real Life. Was habe ich nie gesagt? Ich meine, im RP. Sorry, habe ich mir versprochen. Hahaha. Gib mir... Wobei, ich habe eine Lupe. Noch eine Lupe. Oh, Fessel. Oh, Fessel ist krass. Fessel ist krass, Chat. Vier leer, drei voll. Wartet mal. Koch ich hier gerade was? Koch ich hier gerade als Fünf-Sterne-Koch? By the way, bin ich wirklich in Real Life als Nebenjob für einen Sterne-Koch? Koch ich hier gerade wirklich was? Lass mit der Lupe reinschauen. Leer. Okay. Okay, im allerbesten Fall, Chat. Könnte sein, ich verkaufe. Könnte sein, ich verkaufe. Im allerbesten Fall schieße ich zweimal auf mich und einmal davon ist es voll. Nein, ich wollte noch einmal auf mich schießen. Warum habe ich es nicht gemacht? Oh, nein. Okay, es kann... Also weh, es kann nicht dreimal leer sein. Es kann nicht dreimal... Yo, hätte ich das verkauft, Ich hätte nicht schlafen gehen heute. Äh, schlafen gehen können heute, Chat. Yo, nächste Runde... Warte mal. Yo, wir waren noch nie so gut in dem Game. Yo, ist gerade... Ich glaube, wir waren einmal nur... Ein einziges Mal bis jetzt waren wir so weit. Und wir haben in der Runde, glaube ich, auch verkackt. Eddie, hast du das noch auf dem Schirm? Waren wir schon mal bei acht... Ich glaube, wir waren noch... Oh, man behält die Items sogar. Yo, W-Items, Chat. Damit habe ich die nächste Runde hundertprozentig. Zwei Leben, zwei Leben. Und eine voll, eine leer. Habe ich ein Messer? Bitte habe ich ein Messer, weil dann habe ich es direkt. GG, ich habe ein Messer. Messer und Suppe. Ich war schon bei einer Million. Habe ich das gerade gesagt? Was? Habe ich nie gesagt. Es war voll, oder? Oh nein, habe ich gerade verkauft? Bitte nicht. Bye, bye. Sir? Yo, ich rush hier durch, Chat. Ich rush hier durch, wie, als wäre es ein Kinderspiel. Schma... Yo, denkt wirklich jemand, es liegt am Namen? Gibt es wirklich jemanden, der denkt, es liegt am Namen? Oh, mein Chat geht nicht mehr. Oh, und GG, ich sehe nichts mehr. Ich sehe den Chat nicht mehr. GG. Oh, und GG, ich sehe den Chat nicht mehr. Ist es wieder so? Einzel-Chat? Chat schreibt mir eine Einzel-Chat. Ich muss schon... Oh, ich sehe den Chat doch noch. Alles easy. Nur wegen dem Namen? Oh, und ich habe wieder nicht gesehen, wie viel voll und wie viel leer sind. Wie viel sind voll, wie viel sind leer? Nur weil du mal deinen Namen richtig gesagt hast? Yo, Shuriken. Nein, das liegt nicht daran. Eine voll, zwei leer. Okay, wir schauen mit der Lupe rein. Bitte, lasst hier jetzt voll sein. 50, 50, Chat. Überlegt euch schon mal, was wir machen sollen. Einzel-Chat auf mich schießen. Zwei-Chat auf ihn. Es ist 50, 50. Eins auf mich, zwei auf ihn. Überlegt euch schon mal. Was soll ich machen? Eins auf mich, zwei auf ihn. Was kommt nach? Bugshot? Dead Signal. Oh, viele Zweier. Ich schieße auf ihn. Bye, bye. Ich hätte auf mich hören sollen. Ich hätte einfach auf mich hören sollen. Er verschwendet jetzt aber die Lupe. Ist egal. Ist egal. Er verschwendet sie nicht mehr? So, ich mache den Hausaufgaben. Ich würde seine Hausaufgaben machen, seine Gartenarbeit, alles. Und jedes Mal schießt er auf mich. Ich glaube, er checkt noch nicht so ganz, was es bedeutet. Ja, viel Spaß alleine zu machen. Ha, ha, ha. Lupe. Fessel. Gib mir ein Messer. Gib mir ein. Oh, ein Messer wäre jetzt verrückt gewesen. Und er hat 80 Messer. GG. Es ist offiziell vorbei. GG. Es ist offiziell vorbei, weil ich keine Packung Zieretten habe. Lass mich erst mal ein Bier trinken. Okay. Wenn ich das schlau anstelle, könnte es funktionieren. Bier. Voll rausgeladen. Ist okay. Dann mit der Lupe rein. Leer. Was bedeutet, ich schieße auf mich. Fessel ihn dann. Dann sind noch zwei volle, zwei leere drin. Und wenn ich es schlau mache, schieße ich danach auf ihn. Ja, jetzt fessel ich ihn. Kein Stress, Chat. Kein Stress. Ich fessel ihn. Schieße dann jetzt auf mich nochmal. Bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht. Oh, und bitte lass es jetzt zweimal voll sein. Es muss zweimal voll sein. Okay, was mache ich jetzt? Wenn ich jetzt verkaufe, das ist das Problem. Ich muss mich jetzt für das Richtige entscheiden. Ich sage es euch ehrlich. Und das ist wieder der Grund, Chat. Das ist wieder der Grund, warum ich jetzt ein schlauer Spieler bin. Es kann nur noch eine volle drin sein. Würde ich jetzt aber schießen, und das ist eine leere, schneidet er ein Messer ab, zieht mir zwei Leben ab. Deswegen schieße ich auf mich. Weil selbst wenn es eine volle ist, verliere ich nur ein Leben. Und ich habe alles richtig gemacht. Bye, bye. oh mein gott bin ich gut heute ich war noch nie so gut in diesem spiel ich sage es euch ehrlich wir knacken heute den weltrekord ich habe irgendwie ein gutes gefühl dass heute den weltrekord knacken wie viel runden mich dafür noch schaffen ich glaube vier runden noch vier runden noch dann hätten wir den weltrekord also sind wir zu bei der hälfte oder so zwei voll zwei leer habe ich habe ich habe ich auf dem schiff habe ich auf dem schiff bier trinken ja ja ich habe ich habe ich habe es bier trinken lehrausladen und dann zweimal auf ihn schießen haben wir es gg gg wir haben die nächste runde gedreht obwohl ich gefühlt keine chat will doch bald schreibt mich irgendwie sportler team und stellt mich unter vertrag marco bald bei focus für backshot wohl etwas welche runde sind wir zweite schon oder dritte schon sogar und dritte runde schon oha okay gibt mir mit zwei leben zwei leben runde und gibt mir jetzt einfach ein messer und eine lupe mehr mehr jetzt noch zwei leben jetzt noch zwei leben hier ist aber auch nicht schlimm die oh mein gott es ist eine vier volle vier leere runde chat es sind vier voll vier leer ich schaue erstmal mit der lupe ich schaue erstmal mit der lupe erstmal mit der lupe leer messer ich verkaufe ich gerade oh nein verkaufe ich gerade schon ja oh warte mal nein 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 wir haben vier lieben wir haben vier lieben oh chat ich dachte gerade oh wir sind alle gefesselt das problem ist dass der typ halt mal wieder zigaretten hat chat warum hat der typ schon wieder zigaretten verkauft die nein chat ich habe die runde nicht verkauft rückt euch bitte spielt kein bugshot mehr weil wir haben nicht dafür gestimmt oh nein es musste voll sein na ja warte ich bin jetzt einfach aus der runde raus gg w gameplay zwei leben zwei oh nein er wird rauchen oh nein er wird rauchen oh nein er wird rauchen drei voll zwei leer so sie hätten sich das früher überlegen sollen ja ich werde kurz meine kleine zirrette rauchen und werde dann auf sie schießen bye bye ey jetzt brauche ich brauche jetzt eine lupe plus messer lupe plus messer wäre das krassste was passieren könnte lupe plus messer wir haben die nächste runde wir sind in double or nothing egal fessel auch okay ich voll oh wir haben es wieder easy going das ist eine free runde free runde chat free runde free runde free runde wir schauen mit der lupe rein und es ist direkt voll wisst ihr was er könnte rauchen und das ist wieder der grund warum ich top 3 der besten spieler bin ich fessel ihn damit ich jetzt auf ihn schieße und dann zweimal auf mich schieße damit er nicht rauchen kann bye bye hahaha ja hahaha okay er hat nur noch ein leben chat denkt ihr wirklich dass mich so eine nachricht nerven würde seid ehrlich bugshot ist einer meiner lieblingsspiele wahrscheinlich würde ich jetzt einfach bugshot aufhören weil zendogs oh nein ich habe auf ihn geschossen zum glück war es letzte zum glück war es letzte stimmt ich hätte einfach ein bier trinken sollen jo fabi das wäre viel schlauer gewesen aber weißt du was fabi dadurch habe ich halt jetzt auch einfach drei bier drei bier ist crazy gut ich habe heute den besten auf den wir jemals hatten chat das ding wird so dick auf youtube hochgehen bald kommt auch das erste bugshot video chat raus wisst ihr was zwischendrin schaue ich mal mit der lupe rein einfach nur so rein aus interesse okay egal 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 äh warte mal dann lass mich nochmal auf mich schießen weil jetzt wissen wir dass es leer ist dann verschwende ich kein bier jo der typ hat so viele items das ist vorbei für mich wenn ich das jetzt verkack nochmal lupe zur sicherheit beefy sind nochmal voll chat ist mir relativ egal weil wir für den disrespekt jetzt mit dem messer auf ihn gehen obwohl er nur noch ein leben hat ja ey das ist die nächste runde double or nothing nein wartet man behält seine items habe ich recht ich hätte das messer nicht verschwenden dürfen das war das dümmste was ich jemals in meinem leben gemacht habe man behält die items bei double or nothing ich hätte das messer nicht verschwenden dürfen gg ich habe offiziell die runde verkauft mein fehler chat der geht auf mich hätte ich nicht machen dürfen hätte ich nicht machen eddie kannst du noch mal kurz nachschauen was der weltrekord ist dass wir dass wir dass wir dass wir dass wir es auch auf dem schirm haben wenn wir ihn knacken oh bitte lass es nicht zwei leben nur sein wenn es jetzt nur zwei leben sind habe ich die runde verkauft offiziell außer ich kriege jetzt nochmal ein messer spielst du noch contra ja 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 spielen wir heute noch eine packung zu retten oh nein ich habe die runde verkauft chat oh nein vier voll habe ich wenigstens eine feste weil ich das messer verschwendet habe chat weil ich das messer verschwendet habe ist es vorbei gut ich habe keine option mehr außer einfach zwei bier zu trinken ich habe keine option außer zwei oh nein oh nein bitte lad doch eine volle raus okay drei voll drei leer wisst ihr was ich mache ich schieße auf ihn ich schieße auf ihn okay es sind nur noch zwei volle drin bitte lass ihn verkaufen er hat halt vier bier das ist verrückt aber er wird alle vier bier trinken lass ihn eine volle rausladen voll raus ist nur noch eine volle drin er raucht jetzt erstmal eine volle ist nur noch drin eine volle zwei leere bitte lädt er jetzt noch eine volle raus bitte lad die volle raus bitte lad die volle eine volle eine leere wenn er jetzt die volle raus hat ja oh nein gibt es auch noch eine volle jo irgendjemand ist auf meiner seite chat irgendjemand ist auf meiner seite warum so viel werbung jo gamer max du bist zapp du kannst nicht mal werbung ich achte drauf zwei voll zwei leer zwei voll zwei leer chat beruhigt euch beruhigt euch nein warte mal was ist der weltrekord 550 millionen nein warte mal warte mal das kann nicht stimmen die hast du nachgeschaut ist das wirklich der weltrekord nein nein warte mal nein warte mal ist 550 wirklich der weltrekord schau kurz link gg wir werden den weltrekord doch nicht knacken gg wir werden den weltrekord doch nicht knacken doch nicht knacken chat zwei voll zwei leer habe ich recht ich gehe mit der lupe rein haben wir es wieder wir haben es wieder aber warum wir warum bin ich so gut heute mit dem messer rein haben wir es schon wieder yo yo wie lange spiel ich schon buckshot eine stunde habe ich recht ich habe gesagt ihr stimmt kurz ab währenddessen spielen wir eine runde buckshot chat wir sind schon eine stunde drin okay zwei leben abgezogen easy going duftkerzen dank für den follow chat gerne alle nochmal kostenlos ein follow da lassen drückt aufs herz kommt auch gerne von twitter auf twitter würde mich sehr sehr freuen kontrabant zum schluss heute okay gibt mir gute items vielleicht wie immer heute heute echt double items messer ist immer gut messer ist mit einer der wichtigsten sachen weil man bei zwei leh und eine voll eine leer okay chat so oder so fesseln wir ihn aber ihr habt es in der hand ob wir es direkt entscheiden oder nicht eins in chat auf mich erst zwei in chat auf ihn ihr habt es in der hand zwei auf ihn mit messer natürlich eins auf mich zwei zwei messer auf ihn wisst ihr was ich habe auch das gefühl dass es ein messer ist ich schneide einfach ab ich habe das gefühl dass es ein messer ist ich habe das gefühl dass es und ihr schreibt alle eins da super chat ich dachte einmal ihr könnt meine gedanken lesen egal aber wir ziehen ihn trotzdem leben ab beruhigt euch beruhigt euch beruhigt schau später mal insta mach ich mach ich chat wo sind die ganzen saps mit dem bye bye emotes okay zwei voll zwei leer oh warte mal hab ich es nicht ich werde das messer nicht verschwenden mehr Boi, boi Jo, waren wir jemals so gut? Ich glaube nicht, oder? Schon wieder Double or Nothing? Nein, aber dritte Runde schon wieder Jo, das ist wirklich crazy Das ist wirklich, wirklich crazy, Chad Nochmal gute Items Oh, ohne Packung, Zierrette ist nicht so geil Und der hat ein Messer, lass nichts verleben sein Nichts verleben Das könnte es sein, Chad Das könnte es offiziell sein Ich schieße auf ihn, ich schieße auf ihn Oh, oh, es könnte vorbei sein Es könnte vorbei sein Wenn er ein Messer benutzt, könnte es krachen Er schieße auf sich Verkauf, verkauf, verkauf Wir sind bei 17 Millionen, Chad Wir sind bei sieb... Jo, neuer Rekord Offiziell neuer Rekord, Chad Offiziell neuer Rekord Jo, Bier Okay, okay, okay Oh, er behält halt das Messer, ist das Problem Bitte nicht zwei Leben Drei Leben ist wichtig Drei Leben ist wichtig Drei voll, zwei leer Durchatmen Du musst noch vier bis fünf gewinnen für den Weltrekord Hast du durchgerechnet? Oh, warte mal Wenn wir Realtor den Weltrekord knacken, wäre verrückt Wie viel sind voll, wie viel sind leer, Chad? Bitte Ich brauche einen von euch Wie viel voll, wie viel leer? Kein Plan Drei leer Drei leer, zwei voll Okay, 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 okay Ich trinke ein Bier Ich trinke ein Bier, glaube ich Voll raus Ich schieße auf mich Ist mir egal, ist mir egal Ich habe eine Packung zu retten Ich kann das tanken Wisst ihr was? Ich schieße so lange auf mich, bis es eine volle ist Weil ich habe keinen Bock, wegen dem Messer zwei Leben zu verlieren Sag ich euch ehrlich Ist nicht schlimm, ist nicht schlimm, ist nicht schlimm Es gibt keine volle mehr, alles easy Wir beruhigen uns Ja, ich habe die ganze Zeit gewonnen Wir sind immer noch in derselben Runde Das ist verrückt Warum scheiß ich mit dem Messer? Yo, es kann gar keine Es kann noch eine volle sein Na Kann es doch noch eine volle sein, Chad? Ne, es kann doch gar keine volle mehr sein Habe ich recht? Wir haben für Dead Signal abgestimmt Ich hoffe, wenn ich noch einen lese, der sagt Wir haben für Dead Signal abgestimmt Spiele ich heute nicht Dead Signal, Chad Ich meine es ernst Zwei leer, eine voll Was mache ich? Oh, voll rausgeladen Lass mich erst meine Rauchen zu sichern, bevor ich es vergesse Yo, lass mich erst meine Rauchen, bevor ich es vergesse Ey, Raucher Yo, Chad, sorry, dass ich auch mal kurz eine Raucherpause mache Yo, Chad, sorry Fessel und sie retten Okay, Chad Das Game möchte, dass ich rauche Es tut mir leid Drei voll, drei leer Aha, aha, aha Er hat auch ein Messer und drei Bier Äh, lass mich ihn nochmal fesseln Aua, aua Was mache ich? Ich schieße auf ihn Ich schieße auf ihn Warum habe ich nicht direkt mit dem Messer gemacht? Wie viele sind nochmal voll? Jetzt sind noch zwei voll, drei leer Habe ich recht? Wisst ihr, was wir heute noch gar nicht hatten? Bei drei voll, drei leer Back to back voll Und deshalb ist jetzt die Zeit, Chad Deshalb ist jetzt die Zeit Na Hat er eine Fessel? Nein, keine Fessel Ist egal, alles easy Nein, ich habe nicht verkauft Alles easy Er lädt jetzt eine volle raus Er ist nur noch eine volle drin Egal Lad noch eine volle raus Lad noch eine volle raus Komm Jetzt lädt er die volle raus Jetzt lädt er die volle raus Okay, wir sind sicher Es gibt keine volle mehr Es gibt keine volle mehr By the way, danke für die ganzen Follos, die reinkommen Kuss geht raus, Chad Danke für die ganzen Follos Oh, gib mir Ein Messer nochmal Ich kriege einfach nur eine Fessel Fessel reicht aber auch 1-1 Das ist eine easy Runde, Chad Mit einer Fessel ist die Runde Eine voll, eine leer Immer easy Das ist eine geschenkte Runde Weil wir fesseln und schießen zweimal auf ihn Egal, was passiert Schieß auf ihn Jo, wir könnten heute ernst Ehrlich den Weltrekord knacken Chad, wartet mal Wir könnten heute ehrlich Den Weltrekord knacken Schieß auf dich selber Jo, hätte ich gerade auf mich selber geschossen Hätte ich gerade einfach die Runde verkauft Jetzt schieß ich auf mich selber Weil es muss eine leere sein Jo, warte mal Es könnte wirklich passieren Es könnte wirklich passieren Dass wir gerade Jo, beruhig dich Beruhig dich Wir sind gerade Wir sind gut drauf Gib mir noch eine Lupe Eine Lupe Es hätte doch einfach eine Lupe passieren können Das Problem ist, dass der Typ Keine fest hat Solange er keine fest hat Ist mir alles egal Wifi sind nochmal voll Chad, ich brauche einen Der mir den Live-Ticker gibt Hat jemand den Live-Ticker am Start? Voll rausgeladen Jo, Wifi sind voll Wifi sind leer Tobi, danke dir für dein Follow Drei voll, vier leer Das heißt jetzt nur noch zwei, oder? Das heißt jetzt nur noch zwei Okay Lass mich nochmal Lass mich nochmal Lass mich nochmal Kurz ein bisschen Bier trinken Nochmal eine voll raus Also es ist nur noch eine voll Habe ich recht? Ja, dann schieße ich auf mich Als ob dreimal voll wäre Hä? Oh Ich schieße nochmal auf mich Ist egal Solange er nicht mit einem Messer auf mich schießt Ist es mir alles egal Alles easy Keine volle mehr Wir sind wieder safe Wir sind wieder safe Egal was du jetzt denkst Was du machst Du brauchst gar kein Warum benutzt du eine Lupe? Sir, es kann gar keine volle mehr Sir, es kann gar keine volle mehr sein Oder Checker Gibt es doch noch eine volle? Verkauf Warum schreibt ihr die Verkauf die Mauts rein? Und er raucht Eine scheiße Das habe ich vergessen Ist noch eine volle? Es gibt noch eine volle? Wie, es gibt noch eine volle? Wie, es gibt noch eine volle? Alter, Chad Ihr habt mir gerade so Angst gemacht Lupe? Lupe ist W-mäßig Warum rede ich so? Als ob ich W-mäßig Warum sage ich W-mäßig? Hä? Okay, gute Runde Wir haben eine Fessel Und zwei Lupen Haben wir, haben wir, haben wir Ey, ich bin so aufgeregt Ich bin so aufgeregt Warum bin ich so aufgeregt? Okay, Sir, ja Ich werde sie erst einmal fesseln, ja Einmal bitte Händen Händen Rücken Wir sind sofort festgenommen Und dann, glaube ich Mit der Lupe rein Wir haben auch noch zwei Bier Das haben wir Das haben wir Messer rein Und wir haben es wieder Yo, Messer rein Und wir haben es schon wieder Bin für 10, 15 Minuten weg Kein Stress, Eddie GG GG Yo, was geht heute ab? Warum sind wir so gut? Warte mal Bitte lass es nicht Double or Nothing schon sein Bitte nicht Der Typ muss seine Items verlieren Oh, wichtig Oh, wichtig Der Typ verliert seine Items dadurch Der Typ hatte vier Messer Habt ihr es gesehen? Der hat jetzt alle seine vier Messer verloren Wichtig, Chat Das war wichtig Hätte er die vier Messer noch gehabt Hätten wir ein riesengroßes Problem gehabt Opa von Marco schreibt Hallo ihr Alten Ja, ihr habt alle so einen Schaden Wirklich Lupe, Messer Jetzt lass noch eine zwei voll Zwei leere Runde sein Oh, wenn ich Glück hab Ist es direkt eine volle Wenn ich Glück hab Ist es direkt eine volle Oh Yo Was geht heute ab? Chat Falls ihr es noch nicht getan habt Ich mein's ernst Schnallt euch jetzt an Alles anspannen Tja, mein Lieber Heute ist wohl nicht so dein Tag Bye, bye Ja Chat, was geht heute ab? Jetzt mal ehrlich Ist es schon wieder Double or Nothing? Warte mal Ich hab's grad nicht mehr auf dem Schirm Welche Runde sind wir? Ich bin schon angeschnallt Eins sind Chat, wer angeschnallt ist Eins sind Chat, wer schon angeschnallt ist Oh nein, dritte Runde Sind wir danach nicht schon bei 32 Millionen? Yo Yo Oh, ihr seid alle angeschnallt Super Chat Lupe Lupe ist gut Wir gehen mit der Lupe rein Wir gehen mit der Lupe rein Oh, vier voll, vier leer Zwei Leben, zwei Leben Er hat kein Messer Das ist wichtig Ich schau mit der Lupe erstmal rein Wir gehen erstmal mit der Lupe rein Leer Lass mich auf Ich schieße auf mich Und schieße dann auf ihn Ich darf's nicht verkaufen Ich schieße auf mich dann auf ihn Lass es einfach Lass es einfach eine volle sein Bitte Bye, bye Yeah Woohoo Ja W Gameplay Chat, real talk Oh, lad eine volle raus Oh, lad eine volle Na Jo Yo Chat, was soll ich machen Eins in Chat auf mich schieben Hi, bin von TikTok rüberkommen Kurs geht raus Da, wenn ich mich rüberkomme Eins in Chat auf mich schießen Zwei in Chat auf ihn Eins auf mich Zwei auf ihn Ihr habt's in der Hand Ihr habt's in der Hand Weil ich keine Ahnung habe Zwei voll, zwei leer nur noch Eins auf mich Zwei auf ihn Entscheidet euch Oh, ihr seid alle zwei Oh, ich hab euch Chat, ich hab euch Bye, bye Wie viel haben wir? Wie viel ist das? Oh Warte mal Sind das 300 Millionen gerade? Stand da gerade 300 Millionen, Chat? Ne, 300.000 Ne, was stand da? 3 Millionen Was stand da gerade? Wie viel haben wir? Wie viel haben wir? Nein, wir haben 30 nur, oder? Oh, 30 Oh, warte mal Ich hab gerade Oh, sorry, Chat 30 Oh, wir sind bei der 30 Millionen Okay Okay, wie viele Runden sind das noch? 34 Millionen Das heißt, danach sind wir bei 8 Ne, ich darf nicht Ich darf nicht so denken Als das, bei was wir danach sind Wir spielen jetzt einfach weiter Und knackens Ohne Probleme Als ob ich aufgeregt wäre, Chat Eins in Chat, wenn ich aufgeregt bin Hahaha Drei Leben Habe ich eine Fessel? Oh, wenn ich eine Fessel habe Wäre sehr, sehr cool Habe ich eine Fessel, bitte? Jo, alles ist heute auf meiner Seite Alles ist heute auf meiner Seite, Chat Bin von TikTok hierher gekommen Hallo an alle Jo Samantha, kurz geht raus, bis ich rüberkomme Danke dir Okay, wartet mal Lass mich mal mit der Lupe schauen Lupe schauen Leer Okay, Chat Überlegt euch schon mal, was ich machen soll Eins in Chat auf mich schießen Zwei in Chat mit Messer auf ihn Es ist 50-50 wieder Eins auf mich Zwei auf ihn Was soll ich machen? Vier Runden Dann haben wir einen Weltrekord Okay, okay, okay Eins auf mich, zwei auf ihn Oh, ihr seid alle zwei Wir geben ein Messer rein Ich habe euch, Chat Ich habe auch ein gutes Gefühl bei der Zwei Ich habe auch ein sehr gutes Gefühl bei der Zwei Bitte 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 Bye, bye Jo, was passiert hier heute? Jo, was passiert hier heute gerade? Muss leer sein Muss leer sein Okay, wartet mal Wenn ich danach nochmal in den Lupe bekomme Sieht es sehr gut aus Es lag am Namen Jo, Chat Gibt es wirklich immer noch einen, der denkt Das liegt daran, weil ich mich schmal genannt habe Gibt es wirklich noch einen, der denkt Wir sind so weit gekommen Weil ich mich schmal genannt habe Seid ehrlich Zigaretten Oh, ich werde zum Raucher, Chat Oh, ich mutiere offiziell zum Raucher Eine voll, eine leer Jo, ist das Game irgendwie heute wirklich auf meiner Seite? Wir müssen ihn einfach nur fesseln Zwei Mal auf ihn schießen Wir haben die nächste Runde Jo, was geht heute ab? Wisst ihr was, Chat? Ey, Raucher im Chat Ist das mir scheißegal Ich rauche Ich rauche einfach Ist mir egal, Chat Ist mir egal Ich rauche noch eine Tja, mein Lieber Bye, bye Ist mir egal Ich wiederhole es auch gerne nochmal Bye, bye Jo, was geht heute ab? Ich dachte, die ganze Erließ die Chats auf TikTok Nein, ich habe gar keine Chance Dass ich den Chat auf TikTok auch noch lese TikTok, ihr müsst es verstehen Dass ich nur Twitch lesen kann Ich komme selbst auf Twitch Nicht hinterher Bier Messer Dead Signal Jo, ich gehe einfach jetzt aus dem Game raus Chat und werde Dead Signal spielen Wenn ich kurz davor bin Vielleicht den Weltrekord zu knacken Drei voll, vier leer Okay Lass mich kurz ein bisschen überlegen Stimmt, Chat Vor einer Stunde habe ich Vor einer Stunde habe ich gesagt Während die Abstimmung läuft Fürs nächste Game Spielen wir eine Runde Ja, Dead Signal spielen wir auf jeden Fall noch Wifi sind nochmal voll Okay, okay, okay Ich trinke ein Bier Ich trinke ein Bier Ich trinke ein Bier Leer Oh, es ist Messer auf ihn Habe ich irgendwie das Gefühl Oh, es ist Messer auf ihn Ich riskiere es, Chat Mir ist alles scheißegal Bitte verkaufe ich nicht Er hat halt auch zwei Packens hier retten Nein Nein Nein, er hat mich Nein, er hat mich Nein, er hat mich Es ist vorbei Es ist vorbei Es ist vorbei Nein Nein Oh nein Oh nein Ich kann es nicht so verkaufen, Chat Oh nein Ich kann es nicht so verkaufen Oh und ihr bekommt alle Werbung jetzt GG Warte mal Er ist in der Hand Er ist in der Hand Schießt der auf mich Oder schießt der auf mich Er schießt auf mich V-Cup V-Cup Bum Bum Vielen Dank.